Salve! Hallo! Ich könnte selber kaum glauben, dass ich jetzt wieder hier stehe, aber es ist tatsächlich wahr. Ich bin zurück nach, keine Ahnung, fünf oder sechs Monaten YouTube-Abstinenz. Und ich kann euch sagen, ihr habt tatsächlich nicht viel verpasst. Ich bin umgezogen, ich habe ein bisschen was an meinem Lifestyle verändert und ich hatte eine ziemlich heftige Leseflaute im Jahr 2021. Ihr habt also büchertechnisch nicht ganz so viel verpasst, aber alles, was ihr verpasst habt, das möchte ich jetzt in diesem Video aufholen und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ja, ich habe mich gestern tatsächlich mal hingesetzt, habe mich vor mein Bücherregal gesetzt und habe mal geguckt, welche Bücher ich im Jahr 2021 tatsächlich gelesen habe und es sind doch 26 geworden. Ich werde diese Bücher heute alle mit euch besprechen. Es gibt nur wenige von denen, wo ich sagen würde, die muss man nicht lesen, da hat man nichts verpasst. Ihr kennt das normalerweise von mir, dass ich das chronologisch mache, das mache ich heute nicht. Ich gehe einfach der Reihe nach durch. Ich zeige euch das jüngste Buch, was ich gelesen habe und komme dann zu dem Buch, was ich also im Januar 2021 gelesen habe. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wie immer, vergesst nicht, viele Kommentare zu schreiben. Und wenn ihr das Video mögt, dürft ihr auch gerne einen Daumen hoch da lassen, ihr kennt das Spiel. Ja, ich fange mal an mit dem ersten Buch, was ich zuletzt beendet habe. Ich stöbere also ein bisschen in meiner Goodreads-Gelesen-Liste rum und tatsächlich steht da ein Buch, was ich mit drei Sternen bewertet habe als erstes. Und das ist von Ashley Audrain, Der Verdacht. Im Englischen heißt es The Purse. Finde ich übrigens das Cover auch sehr viel schöner. Ich habe ein paar Sätze auf Instagram dazu geschrieben. Und ja, das Cover ist eigentlich sehr passend für dieses Buch, weil ich fand den Schreibstil leider recht farblos. Zwischendurch waren aber immer so rote Horrortupfer, die diese ganze Geschichte dann irgendwie doch lesbar machten. Ich meine, ich habe es bis zum Ende durchgelesen. Und das ist bei mir immer ein Zeichen dafür, dass das Buch lesenswert ist. So will ich es mal grob in den Raum stellen. In diesem Buch geht es um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Und zwar über mehrere Generationen. Wir lesen die Gedanken einer jungen Frau. Das ist die Rahmenhandlung, die gerade frisch Mutter wird. Und sie spricht als Perspektive immer ihren Partner an. Ich fand das am Anfang etwas irritierend. Ich dachte, da steckt etwas mehr dahinter. Tat es aber leider nicht. Das ist einfach nur eine besondere Form der Perspektive. Also es ist geschrieben im Zweiter Person Perfekt, meine ich. Also du gingst die Straße entlang. Ich finde, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen. Was der Roman gut konnte, ist die ungeschönte Wahrheit der Mutterschaft. Ganz ungeschnörkelt, ganz ungefiltert einfach darzustellen, hat der Roman gut gemacht. Es gibt ein paar Stellen, die ich mir markiert habe. Ein paar Stellen, in denen ich mich wiederfinden konnte. Aber natürlich auch Stellen, in denen ich das ein bisschen befremdlich fand. Und was der Roman macht, wovon der Roman lebt, ist, dass im Grunde die ganze Zeit nicht so ganz klar ist, hat die Mutter jetzt das Problem oder die Tochter. Das Ganze funktioniert ja auch über mehr Generationen. Die Frage wird aufgeworfen, ob das vererbbar ist. Das, was das ist, stelle ich mal so in den Raum. Leider war diese Frage im Roman dann letztendlich nicht ganz geklärt. Das Ende hat mir aber recht gut gefallen. Mein Fazit dazu ist, dass dieses Buch hätte grandios werden können. Aber aufgrund eben dieses sehr monotonen Schreibstils, farblos, wie ich das nannte, und aufgrund dieser schrägen Perspektive, die der Geschichte überhaupt nichts Gutes getan hat, war es halt, naja, muss ich da Abstriche machen. Also ich hype das nicht so ganz wie alle anderen. Fand es aber okay, fand eben die Aspekte des Mutterseins, die mich besonders interessieren, weil ich bin auch nicht so die typische Mutter, die immer Ei-Dutsi-Dutsi macht und alles ist schön und alles ist wie in einer Pampers-Werbung, weil so ist es nämlich nicht. Fand ich gut, auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Aber schade, schade, dass die Geschichte nicht noch grandioser war. Die nächsten beiden Bücher habe ich zwar nicht direkt hintereinander gelesen, aber ich habe definitiv eine Neuentdeckung gemacht bezüglich einer Autorin. Ich bin so verliebt, es sind bereits drei oder vier neue Bücher auf dem Weg zu mir und es geht um eine Autorin, über die niemand spricht. Und ich frage mich, warum, weil sie liegt tatsächlich auch in den Buchläden aus. Ich habe das schon öfter gesehen, aber ich dachte halt immer so, es wäre so ganz normale, vielleicht etwas schmulzige Belletristik. Das war so mein Haken, den ich da dran gemacht habe. Aber ich habe es dann einfach mal probiert, war ein Spontankauf. Es geht um Elizabeth Stroud, die Unvollkommenheit der Liebe. Im Englischen heißt es My Name is Lucy Barton. Und der zweite oder dritte Teil, das spielt alles in einer Stadt, ist O'William. Und William ist der erste Ehemann von Lucy Barton. Also die Bücher sind sozusagen miteinander vernetzt. Man kann sie theoretisch auch einzeln lesen. Also es ist nicht so, dass man irgendwelche Informationen braucht, um das zu verstehen, weil Elizabeth Stroud hat einen so besonderen Schreibstil. Es ist einmal die Perspektive. Sie schreibt im Stream of Consciousness, also in so einem Bewusstseinsstrom. Das kenne ich jetzt persönlich zum Beispiel aus dem Buch Mrs. Dalloway. Okay, ist also jetzt nichts Neues, aber sie hat das irgendwie nochmal ganz toll offenbart. Es ist einmal diese Perspektive, in der sie schreibt. Und das zweite ist eben die Art und Weise, wie sie schreibt. Sie macht das Ganze unverschnörkelt. Sie ist vollkommen wahrhaftig. Sie legt es offen. Sie schreibt über Gefühle, ohne dabei schnulzig zu sein. Sie spricht auch nicht immer alles aus. Sie überlässt dem Leser auch einiges. Und durch diese Art Schnappschüsse, die man durch das Leben der Protagonistin bekommt, die einfach auch so natürlich und echt und wirklich wirkt, als würde es sie wirklich geben. Also man hat immer das Gefühl, man liest wirklich die Gedanken der Autorin. Das ist aber eigentlich die Protagonistin Lucy Barton. Ja, es ergibt sich dadurch ein großes Gesamtbild über das Leben von Lucy Barton. Und das Ganze nennt man auch die Amgish Trilogy. Und das nennt man so, weil das Dorf Amgish oder der Ort Amgish, dort spielt sich das alles ab. Und sie deutet sehr viel an und klärt es dann später nochmal etwas auf. Manche Sachen sind auch sehr schockierend, aber sie überlässt auch viel dem Leser. Ich mochte diese Atmosphäre, die sie rüberbringt. Das war emotional für mich. Sie bringt die Sachen komplett auf den Punkt. Kann Dinge unheimlich toll beschreiben. Und es ist einfach eine neue große Liebe entstanden, Elisabeth Stroud. Ich möchte noch mehr Bücher von ihr lesen. Das werde ich euch dann in zukünftigen Videos natürlich zeigen. Aber das war für mich eine Neuentdeckung im Jahr 2021. Und tatsächlich die Unvollkommenheit der Liebe. Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass ich diesen Titel wunderschön finde. Ja, sie hat mich tatsächlich aus meiner Leseflaute rausgeholt. Dieses Buch war der Anfang, von dem ich konnte mich zurückerinnern, warum ich gerne lese und ganz, ganz große Liebe dafür. Und wenn ihr sie nicht kennt, probiert sie mal aus, wenn ihr jetzt unverschnörkelte. Und einfach Gefühle ohne Kitsch. So würde ich das vielleicht am besten auf den Punkt bringen, wenn ihr sowas mal lesen wollt. Bitteschön. You're welcome. Dann das nächste Buch, was komplett anderes, ist ein Rezensionsexemplar aus dem Lucifer Verlag gewesen. Dient tatsächlich der Unterhaltung und war angelegt wie ein historischer Thriller. Und das Buch hat mir exakt das gegeben, was ich wollte. Ich wollte mich thrillen lassen. Es ist ein Buch, was in den kältesten Bereichen der Erde spielt. Es ist ein Buch, was mit mehr oder weniger einem Gedankenexperiment spielt. Die Geschichte ist fiktiv, aber es ist wirklich ganz abstrakt und ist eine Geschichte, die so ein bisschen an H.P. Lovecraft erinnert. Es ist nämlich von Andreas Gruber das Eulentor. Mein erster Andreas Gruber gewesen, vielleicht auch nicht mein letzter. Ich habe mich bei ihm im Schreibstil so ein bisschen wie bei Der Schwarm wiedergefunden, muss ich sagen. Also es ist so ein bisschen Richtung Wissenschafts-Thriller. Das ist vielleicht ein Wort, was ich dafür verwenden würde. Das Eulentor selbst ist ein Schacht. Und zwar ein Schacht, den die Leute in diesem Buch, speziell der Protagonist, der uns das erzählt, entdecken möchte. Das Ganze spielt auf zwei Zeitebenen. Wir steigen in das Buch ein, lernen eine junge Wissenschaftlerin kennen, die erstmal eine Person mundtot macht und sie bewusstlos mit irgendwelchen Tropfen macht, um an der Expedition zum Eulentor teilzunehmen. Macht das also ganz unter verdecktem Namen. Natürlich kommt im Buch heraus, wer das ist und warum sie das macht. Die zweite Zeitebene ist ein Wissenschaftler, der in den 1930er Jahren noch vor dem Zweiten Weltkrieg auch an der Untersuchung des Eulentors beteiligt war und eben dort seine Beobachtung aufgeschrieben hat. Das Ganze war teilweise mindblowing. Also was in diesem Tor, in diesem Schacht stattgefunden hat, was am Ende dabei rauskam, das will ich gar nicht anschneiden, weil das ist die Essenz des Buches. Das Ende ist nicht unbedingt komplett aufgeklärt. Es gibt aber ein Bild über die Situation ab. Die Schlussfolgerung, die der Protagonist selbst zu dem Ganzen macht, finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Aber ich fand das Buch einfach super spannend. Ich bin durch die Seiten durchgeflogen. Es hat mir Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe von dem Buch genau das bekommen, was ich erwartet habe. Und ja, also wenn ihr Lust auf so eine Art Geschichte habt, Antarktis, Eiszeit, wobei das ein bisschen außen vor blieb. Es geht halt wirklich primär um das Eulentor, diesen Schacht und die Gefühle, die die Protagonisten dabei haben und wie die alle zueinander stehen. Lest das. Viel Spaß dabei. So, ich halte wieder zwei Bücher in der Hand, weil die zwar völlig unabhängig voneinander sind, aber es ist von der gleichen Autorin. Auch eine Neuentdeckung, Wiederentdeckung in diesem Jahr. Ich will ein bisschen dazu erzählen. Ich hatte das Buch von ihr schon mal angelesen. Damals hat mir aber die Sprache, und das hätte ihnen nicht so ganz gefallen, deswegen habe ich mich dann entschieden, es nicht zu lesen. Es kam ein neues Buch von ihr raus, das habe ich dann gelesen und war auf einmal begeistert von dieser deutschen, perfiden Art und Weise, die Dinge zu sezieren, ist nämlich eine deutsche Autorin, und deswegen habe ich mir das andere Buch dann auch nochmal vorgenommen, habe es auch durchgelesen und war am Ende trotzdem begeistert. Es stimmt also nicht immer, dass, wenn man Bücher anlässt, dann den richtigen Eindruck hat. Es geht um Daniela Krien. Ich habe sie jetzt für mich entdeckt. Ich habe zuerst gelesen, die Liebe im Ernstfall. Hier geht es um mehrere Frauen, die im Grunde mitten im Leben stehen, und es geht auch wieder um das Thema Mutterschaft, es geht um das Thema Dating, um das Thema Karriere und Familie zu vereinen, um das Thema, sich selbst sexuell auszuleben als Frau. Für Männer ist das ja irgendwie normaler als für Frauen, habe ich manchmal so den Eindruck. Also hier ist sehr viel drin verwoben, und es steckt so viel Wahrheit in diesem Buch. Sie nennt die Dinge beim Namen, sie setzt da keinen Filter drüber, sie beschreibt es perfekt. Also es gibt immer so Gedanken, die ich habe, die ich so nie zu Papier bringen könnte. Ich müsste mal einen halben Roman schreiben, um zu erklären, was ich meine, und sie schafft das einfach in zwei, drei Sätzen. Und das ist wirklich, was auch einen guten Schreibstil ausmacht. Und deswegen habe ich mir das hochgelockte Buch, Irgendwann werden wir uns alles erzählen, auch nochmal zur Brust genommen. Ich muss sagen, der Schreibstil hat sich eigentlich nicht verändert. Wenn ich mich nicht irre, ist das auch eines ihrer ersten Bücher, wenn nicht sogar ihr Debüt. Es geht um die DDR in den frühen 90er Jahren, also wo die DDR gerade aufgelöst wurde. Eine junge Frau lebt auf einem Dorf und hat einen Freund und lebt mit ihm, mit in seiner Familie. Die Mutter lebt aber von ihr auch in einem Dorf. Und sie fühlt sich ein bisschen unter Druck gesetzt, unterschwellig, das wird nicht beim Namen genannt, aber so kam es für mich rüber, durch die Pflichten, die ihr als Frau und als Freundin einfach auferlegt werden. Und sie, gerade weil sie noch jemanden kennenlernt, der etwas ganz anderes in ihr anspricht, bricht dort mehr oder weniger aus. Was ich besonders gut an dem Buch fand, die Geschichte mag gar nicht so außergewöhnlich sein, was ich besonders gut an dem Buch fand, ist die Erzählweise. Die hat sich total gesteigert, also das hat Fahrt aufgenommen. Das Buch hat tatsächlich gerade in der zweiten Hälfte, und das schaffen die wenigsten Bücher, einen totalen Sog auf mich ausgeübt. Und das Ende ist natürlich, wer es gelesen hat, also wow. Ich wusste überhaupt nicht, wie das jetzt ausgehen soll. Man hat ja immer so eine bestimmte Sache im Kopf, viele Möglichkeiten gibt es nicht, aber diese Möglichkeit war natürlich hart für uns alle, die wir das gelesen haben. Und deswegen hat das Buch einfach einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen. Es gibt so viele Dinge, die sie so toll formuliert hat. Das fand ich ganz toll und bin ganz verliebt in diese Sprache. Das Ende war sehr erschütternd. Und ja, diese Steigerung zum Schluss, die zweite Hälfte des Buches, dass das einfach so einen Sog auf mich ausgeübt hat, fand ich mega gut. Wenn ihr Daniela Krien nicht kennt, könnt ihr mal probieren. Also ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall eine der talentiertesten deutschen Autorinnen zur Zeit. Und ich werde auf jeden Fall noch mehr von ihr lesen. Ja, was ich geschafft habe, von meinem Sub zu befreien, ist Die Glut von Sandor Marei. In Die Glut geht es um zwei Freunde, die sich nach 40 Jahren wieder treffen. Es ist ein ganz groß angelegter Dialog. Und die beiden Freunde möchten etwas aufarbeiten, was sie entzweit hat. Das ist im Grunde der grobe Plot. Um mehr geht es auch nicht. Das Buch lebt davon, dass man natürlich wissen möchte, was ist passiert, was hat die Freunde entzweit. Man kriegt immer Hinweise zugeworfen als Leser und irgendwann ergibt sich daraus natürlich ein Gesamtbild. Diese Auflösung war insgesamt eigentlich nicht besonders befriedigend, aber das macht nichts. Das Buch hat ein wirklich Alleinstellungsmerkmal, dadurch, dass es Sprache und die großen Fragen der Welt, die es beantwortet, vereint. Und das fand ich ganz, ganz großartig. Es ist teilweise vielleicht ein bisschen zu bedeutungsschwer geschrieben. Also das Buch, was man nicht am Stück durchsuchten kann, wie man so schön sagt, aber insgesamt ein Leseerlebnis, so würde ich es nennen. Also es steckt so viel drin in dem Buch, ich habe mir so viel markiert. Mein halbes Handy ist voll Notizen, nur von Sandor Marei Die Glut. Also es steckt so viel Weisheit in dem Buch und das macht es lesenswert. Ja, ich habe noch ein Buch von Sandor Marei auf dem Suppe und bin schon ganz gespannt. Habe mich schon mit ein paar Leuten über ihn unterhalten. Scheint wohl sein bestes Buch gewesen zu sein. Trotzdem bin ich gespannt, was die anderen Bücher auch noch so von ihm bieten. Ja, das nächste Buch ist eines der wenigen, wo ich sagen muss, hätte ich mir sparen können. Es ist Ute Mank, Wildtriebe. An der Stelle möchte ich sagen, dass ich dieses Cover liebe. Und ich fühlte mich dazu bewogen, dieses Buch zu kaufen, weil es in einem hessischen Dorf spielt. Und ich ja auch in Mittelhessen aufgewachsen bin. Also es ist sogar ein Dorf in Mittelhessen, wenn es namentlich erwähnt worden wäre. Dann hätte ich es wahrscheinlich auch gekannt. Ja, ich wollte diesen Flair-Spül spüren eines landwirtschaftlichen Hofes mit dem ganzen Fachwerk. Ich wollte dort die umgangssprachlichen Dialoge lesen. Ich wollte einfach mich diesem Flair hingeben. Und das hat das Buch zu 100% erfüllt. Tatsächlich waren wir vielleicht dann die, ich glaube, 300 bis 400 Seiten. Wie viel hat es? Nein, noch nicht mal 300 Seiten. Waren wir dann aber ein bisschen too much. Die Autorin hat das wirklich gut hingekriegt. Also einfach auch, wie die Leute auf dem Dorf miteinander reden. Gerade das hessische. Und diesen ganzen Flair darzustellen. Die Geschichte war ein wenig langatmig. Es geht im Grunde um eine junge Frau. Ähnlich wie in Irgendwann werden wir uns alles erzählen von Daniela Krien, was ich euch eben gezeigt hatte. Das hier. Ist eine ähnliche Geschichte, muss ich sagen. Der Ausgang ist nur ganz anders. Und es ist ein wenig mehr langgezogen. Und es fokussiert sich eben mehr auf diese Darstellung, diese Atmosphäre. Anstatt vielleicht so ein bisschen mehr psychologisch in die Köpfe reinzugehen. Im Endeffekt gibt es hier eine Protagonistin, die aus diesem System des Dorfes ausbrechen will. Und in die Stadt will. Und Klamotten verkaufen will. Und vielleicht auch nicht sofort Kinder kriegen will nach einer Hochzeit und so weiter. Und ja, es geht darum, wie die anderen mit ihr umgehen. Wie sie unter Druck gesetzt wird. Und ja, was das mit ihr macht. Das ist die Geschichte. Ja, also viel gegeben hat es mir nicht. Ich konnte mich in der Atmosphäre etwas suhlen. Aber muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal lesen. Dann habe ich einen Klassiker von Jane Austen gelesen. Sieht man bei mir selten, weil ich tatsächlich nicht der größte Jane Austen Fan bin. Ich mag tatsächlich lieber die Filme als die Bücher. Und ich habe aber die letzte unvollendete Geschichte von ihr gelesen, weil ich die Fernsehserie dazu gesehen habe. Und zwar geht es um Sanditon. Diese wunderschöne gelbe Ausgabe ist eine Penguin Cloth Bound Edition. Heißt, leinengebundene Klassikerausgabe. Gibt es ja einige. Und in der Fernsehserie ist es so, dass die Geschichte weiter interpretiert wurde, unter dem Aspekt, wie Jane Austen das vielleicht sich gedacht hat. Also ich war mir nicht ganz klar, wo hört jetzt Jane Austen auf und wo haben die Drehbruchschreiber ihren Anfang. Und deswegen habe ich die Geschichte gelesen. Deswegen wollte ich es unbedingt lesen. Ich wollte herausfinden, wo stoppt das Ganze. Und tatsächlich stoppt es schon ziemlich am Anfang. Es begegnen sich zwei Charaktere. Jane Austen ist ja berühmt für mehr oder weniger Liebesgeschichten. Die zwei Charaktere sind natürlich sehr unterschiedlich. Und auch so ähnlich wie zum Beispiel in Pride and Prejudice hassen sie sich am Anfang sehr stark. Auch in der Fernsehserie kommt das sehr stark rüber. Also da wird sich angeschrien und keine Ahnung, dass die Fäuste nicht fliegen, ist eigentlich alles. Und wäre ich sie gewesen, ich sage euch, ich hätte mich in die Kutsche gesetzt und wäre abgehauen. Also, ne, macht es aber nicht. Sie ist ein sehr starker Charakter. Die treffen sich an einem Seebad. Das Ganze entsteht, weil sein Bruder einen Unfall hat irgendwo auf dem Land und die junge Frau hilft dem Bruder, der sie daraufhin einlädt, eben Zeit zu verbringen in diesem Seebad. Und dort gefällt es ihr sehr gut. Sie arbeitet dort und entdeckt Talente an sich und so weiter. Und er ist der Bruder. Er taucht dann auf und die Funken sprühen und die Schwerter werden gezogen und die beiden hassen sich und wollen miteinander kämpfen. Können sich überhaupt nicht leiden, weil sie ist wirklich ein Gutmensch und er ist einfach nur ein A-Loch. So halt die moderne Interpretation eines Jane Austen-Romans. Ja, ich mochte es. Es gibt noch eine zweite Geschichte hier drin. Ich weiß gar nicht, welche. Genau. Lady Susan geht 70 Seiten. The Watsons geht 40 Seiten. Und dann kommt Sanditon. Ist alles nicht besonders lang, aber ich wollte auch das hübsche Buch haben. Ich habe es gelesen, alle Fragen sind beantwortet und ich hoffe, dass die Staffel 2 von Sanditon bald kommt. Ich vermisse die beiden nämlich sehr. Das Ende war furchtbar. Ganz Jane Austen. Und typisch. So, jetzt kommen wir zu einem fetten, schönen Klassiker. Ich habe mir eine wunderschöne Ausgabe von Fyodor Dostoyevsky, Schuld und Sühne besorgt und habe das gelesen. Ist dieser goldene Buchschnitt nicht toll? Ich liebe es. Ja, Dostoyevsky. Es war mein erster Dostoyevsky. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es geht. Also es geht darum, dass jemand jemanden tötet und wie man vielleicht im Titel jetzt entnehmen könnte, mit dieser Schuld sein Leben lang leben muss. Das dachte ich. Das habe ich erwartet. Aber tatsächlich ist es ganz anders. Denn es stirbt jemand am Anfang und es ist auch jemand daran schuld. Aber es geht mehr um den psychologischen Charakter bei der ganzen Sache. Und der empfindet überhaupt gar keine Reue für seine Tat. Und zwar die ganze Zeit nicht. Und es ist mehr oder weniger wie so ein Thriller zu lesen, weil er in ständiger Angst lebt, dass er entdeckt wird, aber irgendwie dann immer drum herum kommt. Das Ding ist halt, er ist ein sehr angesehener Mann in der Gesellschaft und man würde ihm als Mensch das einfach nicht zutrauen, dass er das gewesen sein könnte. Obwohl, wenn man mal um die Ecke denkt, er das der Einzige war, für den es möglich war. Zumal auch jemand gestorben ist, der jetzt keine gesellschaftlich hohe Anerkennung hatte und deswegen wahrscheinlich auch einfach ein bisschen ignoriert wird, was sehr schade ist und nicht in Ordnung ist natürlich. Ich bin tatsächlich sehr beeindruckt von der Psychologie, die Dostoevsky hier reinsteckt. Er ist sehr, sehr charakterfokussiert und sehr, sehr direkt in dem, was er schreibt. Ich kenne ja bisher von den Russen, glaube ich, nur Tolstoy und Tolstoy schreibt ganz anders. Er schreibt viel epischer und schreibt über viele Familien meistens groß angelegte Geschichten und Dostoevsky ist viel pointierter in seiner Perspektive, ganz, ganz, ganz anders zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan davon bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe bis jetzt auch schon ziemlich viel von dem Buch vergessen und es gibt auch nichts, was ich mir angestrichen habe. Also die russische Weisheit, die ich mir versprochen habe, blieb so ein bisschen auf der Strecke. Es ist tatsächlich für mich Unterhaltungsliteratur. Psychologisch sehr vielschichtige Unterhaltungsliteratur, aber ich würde sagen, es ist für mich ein historischer Thriller, sonst nix. Oje, ne? Ja, mal gucken, ob ich noch was von Dostoevsky lese. Ich glaube, ich würde jetzt eher wieder zu Tolstoy greifen, das ist eher so mein Ding. Aber jetzt kann ich mitreden, jetzt habe ich auch mal Dostoevsky gelesen und habe natürlich noch eine sehr schöne Ausgabe dazu bekommen. Das Buch, was jetzt in die Kamera halten wird, ist etwas, was ihr bei mir fast nie seht. Ich habe ein New Adult Roman gelesen und zwar von der lieben Julia K. Stein. Das ist das erste Buch der Montana Arts College Trilogie, Chasing Dreams. Das andere heißt Chasing Fame. Und das dritte habe ich leider vergessen, I'm sorry. Ich habe es gelesen, ich mag dieses Cover sehr gerne, passt auch übrigens sehr gut, gerade zu meinem Hintergrund. Ein New Adult Roman, der mich nicht genervt hat. Und das heißt sehr, sehr viel bei mir. Es hat sich schön gelesen, schön flüssig. Ich wollte unbedingt wissen, wie Julia schreibt. Julia ist für mich ein absolutes Vorbild, was das Schreiben angeht. Ein Vorbild als Autorin, als Mensch. Sie ist super sympathisch. Ich verlinke euch ihr Instagram mal unten, falls ihr sie noch nicht kennt, was ich sehr bezweifle. Ja, das hat ziemlich die Runde gemacht, bei vor allem den New Adult Lesern. Und ich bin froh, dass es mir gefallen hat. Ich meine, der Plot ist jetzt nicht ganz so außergewöhnlich. Das Setting ist wunderschön. Wir befinden uns in Montana und es geht um eine Tänzerin. Sie heißt Juna und sie kommt an diese Schule und lernt Gott sei Dank nicht den Quarterback des Football Teams kennen. Nein, so flach ist es nicht. Sie lernt jemanden kennen, der mit dieser Uni überhaupt nichts zu tun hat. Und das fand ich tatsächlich sehr schön. Und ja, wie allgemein die New Adult Romane verlaufen, brauche ich, glaube ich, nicht zu erzählen. Es ist ein Wofür Roman. Es geht um Liebe. Es geht um Gefühle. Es ist nicht schmuddelig geschrieben. Es ist sehr schön geschrieben. Große Sexbomben gibt es hier nicht. Also es ist angedeutet und gut lesbar. Es wird nicht über Fetische oder so geredet, wie das in manchen New Adult Romanen manchmal der Fall ist. Gerade in diesen Bad Boy Romanen. Aber nein, es ist in Ordnung, wenn ihr immer wieder Lust auf New Adult Wohlfühl Roman habt. Damit macht eben nichts falsch. Ich habe es gern gelesen und freue mich, dass es so war. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, muss ich euch einblenden, da ich das nicht gelesen, sondern gehört habe. Und zwar ist das Das Gewicht von Schnee. Und den Autorennamen Sparchme an der Stelle. Ein sehr interessantes Buch. Es geht um einen jungen Mann, der einen Autounfall hat und in einem verschneiten Dorf Zuflucht findet. Also er wacht dort tatsächlich aus der Bewusstlosigkeit auf und die Dorfbewohner kämpfen ums Überleben und entscheiden sich, dass sie ihn in die Obhut eines mehr oder weniger Außenseiters geben am Dorfrand. Und dort ist er dann in der Hütte. Und in der ganzen Geschichte geht es um die Beziehung zwischen diesen beiden Männern. Es ist sehr, sehr angespannt, das Verhältnis zwischen den beiden. Also man weiß nicht, wie sie zueinander stehen. Und das große Ereignis, was kommen wird, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, dieses Dorf zu verlassen. Also das spielt in einer anderen Zeit. Die Elektrizität ist dort nicht mehr gegeben. Entweder es gibt noch keine oder sie ist ausgefallen. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Die Nahrung ist ständig knapp und die Menschen dort verharren in einer alltäglichen Routine, die sie fast in den Wahnsinn treibt. Und genau das passiert eben bei diesen beiden Männern. Ja, das, was interessant war, ist, dass eben Machtverhältnisse sich auch ändern können. Und ab da hat die Geschichte auch nochmal so richtig Fahrt aufgenommen. Ich mochte viele Formulierungen in dem Buch. Der Schreibstil hat mir gut gefallen. Ich fand das Ende sehr, sehr interessant. Es hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Ein lesenswertes, kurzes Büchlein. Und fand ich sehr, sehr interessant. Und ich muss auch mal gucken, ob der Autor noch andere Sachen geschrieben hat, die mich ansprechen. Ich gehe mal davon aus. Und ich würde auf jeden Fall wieder was von ihm lesen. Und es war eine interessante Geschichte. Und ja, war mal was anderes. So, ich muss mich jetzt ein bisschen sputen. Das nächste Buch von Janina Hecht in diesen Sommern auch ein Buch, was ich mir hätte sparen können. Ich habe erwartet, dass es hier um die Sezierung einer Kindheit geht. um sehr destillierte Momente vielleicht und so weiter. Aber es sind einfach nur Schnappschüsse aus der Kindheit. Und es kommt dabei raus, dass eben der Vater wohl brutal war, aber nicht viel mehr. Es ergibt einfach keine zusammenhängende Geschichte. Und der Schreibstil, der war sehr, sehr einfach. Also es gibt ganz kurze Sätze. Es liest sich sehr monoton. Dieser Rhythmus, der dadurch entsteht, der ist eben sehr abgehakt. Bei Kunst kann man ja immer darüber streiten. Mir hat es in dem Punkt einfach nicht gefallen. Ich habe mir auch fast nichts markiert und fand es einfach schade, weil ich an so ein Thema, glaube ich, ganz anders rangehen würde. Ich fand es ein bisschen flach im Grunde, das ist so mein Fazit, was ich sagen kann und hätte mir einfach ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht. Gerade die Dinge, die sie angedeutet hat, da hätte ich gerne mehr drüber gewusst, aber das ist einfach alles irgendwie ein bisschen offen geblieben und hat mich unbefriedigt zurückgelassen, muss ich gestehen. Dann habe ich für euch Evie Wilde, die Frauen. Grandioses Buch, eins meiner Jahreshighlights im vergangenen Jahr. Natürlich einmal, weil es in Schottland spielt, es gibt mehrere Zeitebenen und das große Thema ist Feminismus. Und wie Feminismus sich vielleicht über die Jahre verändert. Ich habe mich auf das Video nicht besonders vorbereitet, deswegen muss ich ein bisschen mein Gedächtniskramen. Ich weiß noch, dass es eine Zeitschleife war, die im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, also keine Ahnung, 1880 schätze ich mal, gespielt hat. Und dass da der Feminismus, beziehungsweise was Männer sich rausnehmen, nur weil sie einer Frau körperlich überlegen sind, das war grausam. Das war absolut grausam und hat mich schockiert. Und es ist so wichtig, dass das auch wachgehalten wird. Ein bisschen was hat sich ja mittlerweile getan. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Frau, die in den 30ern, 40ern gelebt hat, 1930ern, 40ern. Die wollte sich natürlich eher so ein bisschen ausleben, aber es wurde von ihr erwartet, dass sie das Muttchen am Herd ist. Und das wurde von ihr auch gefordert und mit mehr oder weniger auch mit den Fäusten eingeholt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und die dritte Zeitschleife spielt in der Jetzt-Zeit. Und natürlich hängen diese drei Frauen, die diese Geschichte erzählen, alle miteinander zusammen. Und das fand ich ganz groß. Und was ich am besten an dem Roman fand, was auch ein großes Talent bezeugt, ist, dass pro Zeitschleife sich die Sprache verändert hat, also die Art, wie die Protagonisten miteinander gesprochen haben, die Wortwahl der Autorin, so wie sie die Dinge beschrieben hat. Ja, auf jeden Fall, wie das Buch geschrieben war, die Sprache, wie das miteinander verwoben war, die teilweise ungeschönte Grausamkeit, die hier beschrieben wurde, natürlich die Atmosphäre, obwohl das eher so ein bisschen im Hintergrund stattfand, aber alles. Ich fand das Buch super. Das ist also eine Art, den Feminismus auch mal darzustellen und warum es wichtig ist, ohne eben immer mit dieser Keule zu kommen. Und das ist immer so eine Sache, die mich eben an diesen Feministinnen des Öfteren auch mal stört. Man muss sich keine Haare unter den Achseln wachsen lassen, um zu sagen, dass man unabhängig ist. Das ist so ein bisschen das, was ich meine. Das ist viel tiefer drin, als das vielleicht heute mit diesen ganzen Social-Media-Feministinnen einhergeht. Und es muss immer noch Bewegung stattfinden, weil es gibt heute immer noch so ein paar Sachen, die nicht ganz gerecht sind. Und das ist einfach ein Porträt über die Jahrhunderte. So will ich es stehen lassen. Hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein wichtiges Buch, ist toll geschrieben, großartige Atmosphäre. Lesen. Dann habe ich ein Buch gelesen, eine Dystopie. Sieht man bei mir auch sehr selten. Die Entbehrlichen von Nini Holmquist. Es geht darum, dass Frauen, die keinen Anteil an der Gesellschaft haben, zum Beispiel ein Kind bekommen haben oder irgendeinen Beruf, der für die Gesellschaft wichtig ist, in ein Sanatorium kommen und dort bis zum Ende bleiben. Das Furchtbare daran ist, dass sie ihre Organe spenden müssen, wenn es denn gebraucht wird. Es ist im Grunde genommen nur ein Leben auf Zeit. Und es kann jederzeit passieren, dass deine Zimmernachbarin, deine Flurnachbarin einfach verschwindet. Und man weiß dann ja meistens, was passiert ist. Die Sprache war ein bisschen einfach. Und das liest sich im Grunde wie so eine, ich sag mal, günstig gemachte Science-Fiction-Serie auf Netflix. Trotzdem fand ich die Geschichte ganz gut. Es ist nämlich mal eine Dystopie, die so ganz anders aufgebaut ist als normale Dystopien. Tatsächlich entdecke ich mich gerade selber dabei, dass ich sehr viele Themen gelesen habe über das Thema halt das Frauendasein. Und auch in diesem Buch geht es genau darum. Es geht um die Liebe. Es geht darum, wie Dinge sich ändern und was man daraus macht. Das ist eigentlich die größte Frage in dem Roman, wenn die Dinge anders kommen, als man denkt und wie man damit umgeht. Und es hat mir gut gefallen. Es hat mir sehr gut gefallen. Es ist kein Buch, was ich jetzt herausragend fand. Dazu hätte es ein bisschen besser geschrieben sein müssen. Aber die Idee war gut und die war teilweise ein bisschen flach umgesetzt, aber insgesamt noch lesenswert und okay. Und war halt auch einfach mal was anderes. Und das ist ja nun mal das, was ich auch sehr gerne mag. Ebenfalls ein Jahreshighlight von mir in der Ferne Hernán Díaz. Dieses Buch spielt mehr oder weniger im Wilden Westen, ist aber kein wirklicher Roman über den Wilden Westen. Es geht einfach nur dort um das Setting. Es geht um einen Schweden, der mit seinem Bruder dort ankommt und die verlieren sich bei der Ankunft oder sogar bei der Abreise in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und ab diesem Moment ist unser Protagonist alleine. Und das ist das Thema des Romans, die Einsamkeit. Und es gibt so viele Stellen, die mich so unfassbar traurig gemacht haben und die heute noch bei mir sind. Und die ganze Atmosphäre, ich habe mich selber so einsam gefühlt. Nicht, dass ich das will oder dass ich das toll finde, aber dieser Protagonist hat mir so leidgetan die ganze Zeit, weil er, ich weiß nicht, er hat irgendwie nicht richtig gelebt. Das ganze Leben zielte immer nur auf die Suche von seinem Bruder. Und es war so unbefriedigend und man leidet so mit dem Protagonisten. Auch die Sprache war ganz toll. Ich habe mir sehr viel markiert, sehr viel epische Beschreibungen von inneren Zuständen, von äußeren Zuständen, davon, wie man das Leben sieht. Und ja, ich könnte, glaube ich, ganz, ganz viel über dieses Buch erzählen. Aber ja, hier steht drauf, so ein tiefgreifendes Porträt von Einsamkeit, wie ich noch keines gelesen habe. Und im Grunde genommen ist es genau das. Also wenn ihr euch in Melancholie suhlen wollt, wenn ihr die Essenz der Einsamkeit schmecken möchtet, dann ist das das Buch. Aber ich muss auch sagen, wenn ihr gerade nicht so gut drauf seid, das zieht einen auch runter. Also da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Mich hat das schon in so eine melancholische Stimmung gestürzt. Aber ich fand es trotzdem großartig. Auch wenn es sehr traurig war. Das nächste Buch ist ein viel besprochenes Buch. Die Farbe von Milch von Nell Leyschen, sagt man so. Ich weiß es nicht. Schreibstil furchtbar, Protagonistin furchtbar. Aber ich habe damals in meiner Rezension gesagt, dass es auf jeden Fall ein Buch, was eine Daseinsberechtigung hat. Es geht nämlich auch wieder um das große Thema. Ich glaube, das war das Thema 2021 bei mir. Die Unterdrückung der Frauen Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, in England. Ich dachte immer, es geht um eine schwarze Protagonistin und um Slaverei. Nein, im Endeffekt nicht. Unsere Protagonistin hat ein Handicap. Und das Einzige, was sie tut, ist im Grunde für die Familie schaffen, auf dem Hof arbeiten, auf dem Feld arbeiten. Und das, was sie an intellektuellen Ansprüchen, an sich selbst hat, darf sie natürlich nicht ausleben. Dafür ist kein Platz in ihrem Leben. Durch einen Umstand kommt sie dann auf den Hof eines anderen Mannes, der ihr Lesen Schreiben beibringt. Und ja, das fordert auch seinen Tribut. Die Protagonistin ist unendlich frech. Das treibt einen fast in den Wahnsinn. Sie ist so direkt und das war für mich fast schon ein bisschen unglaubwürdig. Und ich glaube, das finden, wenn es etwas zu kritisieren gibt, viele an diesem Buch auch unerträglich, verständlicherweise. Trotzdem ist es ein Buch, was ich glaube, jüngere Leute vielleicht anspricht und denen auch mal das Verhältnis aufzeigt, wie das gewesen sein könnte früher. Und ja, es ist ein Buch, was eine Message mit sich bringt. Und deswegen fand ich es gut, auch wenn ich es schlecht fand. Auch wenn es keinen Sinn ergibt. Aber so war es nochmal. Dann habe ich gelesen, Real Life von Brandon Taylor, ein schwarzer Autor und ein schwarzer Protagonist. Beide aus Alabama. Und unser Protagonist geht an die Universität und denkt, er kann dieses ganze Dörfliche hinter sich lassen und endlich frei leben. Aber was er merkt, was das Buch super rüberbringt, dass diese ganzen Mikroaggressionen, dieser ganze Rassismus, der in den Menschen doch zu stecken scheint, nach wie vor da ist. Bei Jungen wie bei Alten, überall unterschwellig, immer da ist. Und das hat das Buch sehr gut rübergebracht. Unser Protagonist ist zudem auch noch schwul und findet einen Partner, der mit sich selbst und dieser Beziehung auch überhaupt nicht im Reinen ist. Und darunter muss natürlich unser Protagonist auch leiden. Bei mir hat das ganze Buch die Frage aufgeworfen, tun die Leute nur so offen oder sind sie es wirklich? Das ist so die Frage, die bei mir hängen geblieben ist. Gerade die jungen Leute. Ich meine, der Protagonist ist jetzt in zwei Randgruppen verhaftet. Und für ihn ist es aber das Leben, für ihn ist es die Realität. Ja, heute Menschen, die in Randgruppen leben, die müssen nach wie vor dafür kämpfen. Das ist im Grunde die Message, auch wenn der Protagonist am Anfang dachte, jetzt wird alles anders, jetzt komme ich in eine weltoffene Gegend. Es gibt, glaube ich, keine weltoffene Gegend. Und ich glaube, das ist das, was das Buch mir sagen wollte. Ja, ich habe immer noch ein paar Bücher hier liegen. Wieder eine deutsche Autorin, war auch nominiert für den Buchpreis. Ich habe gelesen, Die Unschärfe der Welt von Iris Wolf. Hier seht ihr es mal, visuell großartige Sprache. Das Ganze ist auch ein schnappschussartiges Porträt einer Familie aus dem Banat. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich in der Geschichte zurechtzufinden, weil sie nicht chronologisch von vorn nach hinten erzählt ist, auch nicht von einem Charakter, sondern weil es eher eben Schnappschüsse sind. Und man muss gut aufpassen, um ein vernünftiges Gesamtbild zu bekommen. Und es geht auch eher um die individuellen Empfindungen der Charaktere und nicht um ein großes Gesamtbild. Es ist also nichts, was das Zeitgeschehen damals darstellen soll. Aber dadurch, dass eben jeder Charakter irgendwie seine Empfindungen hat, ergibt sich natürlich ein Gefühl, sage ich mal, für die Zeit. Vielleicht kein Bild, aber auf jeden Fall ein Gefühl. Iris Wolf hat eine großartige Sprache. Sie hat dieses deutsche Messer Schafe, es genau auf den Punkt zu bringen. Das beherrscht sie super, ungefähr genauso wie Daniela Krien, was ich auch großartig finde. Manchmal mag ich das sehr gerne. Was deutsche Sprache kann, nicht nur kann, aber was deutsche Sprache manchmal kann und was eben ein paar Autoren grandios beherrschen, ist Schreiben abseits von jeglicher blumigen Art, von jeglicher Umschreibung. Es wird genau seziert, es wird exakt das richtige Wort gefunden, jenseits jeder Interpretationsmöglichkeit. Und das hat Iris Wolf auch geschafft. Und das ist so eine Kunst für sich, finde ich. Und das liebe ich in Büchern, Dinge zu beschreiben, ohne dass es einen Zweifel dafür gibt, was es gemeint ist. Und deswegen fand ich auch das Buch so toll, die Geschichte nicht unbedingt, weil es war vielleicht ein bisschen schwammig teilweise, aber die Sprache war großartig. Wenn ihr auf tolle deutsche Sprache steht, auf diese Schnittigkeit, dann könnt ihr auf jeden Fall mal so zugreifen. Und das werde ich auf jeden Fall nochmal lesen, weil ich einfach mich in diesen Beschreibungen von ihr baden möchte. Das nächste Buch habe ich tatsächlich in einem Video besprochen, das weiß ich noch, Sarah Waters, Selinas Geister. Ein lesbischer Gothic-Roman, der ein Setting hat im Gefängnis, im Frauengefängnis. Das Buch lebt davon, dass die beiden Protagonistinnen sehr, sehr unterschiedlich sind. Es findet eine unterschwellige Erotik statt und irgendetwas undeutlich, ein undeutliches Rauschen ist im Hintergrund, was man nicht genau definieren kann, was im Endeffekt der Höhepunkt und das Ende ist. Man liest also die ganze Zeit so auf eine Offenbarung hinaus. Ich fand die Atmosphäre großartig. Auch diese unterschwellige Erotik war interessant. Also es geht zum Beispiel darum, dass die eine Protagonistin den Namen der anderen aufschreibt. Und in diesem Moment ist das was ganz Intimes zwischen den beiden gewesen. Und solche Momente gibt es da eben öfter. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Es gibt eine ausführlichere Rezension zu dem Buch und das verlinke ich euch in der Infokarte. Oder neuerdings sieht man die auch unter der Schrift in der Infobox, unter den Geschriebenen. Da könnt ihr dann die Videos auch sehen. Da verlinke ich euch das. Wenn ihr das interessant findet, könnt ihr euch nochmal genauer informieren. Dann habe ich gelesen von Bernard Cornwell, Enemy of Guard. Das ist Teil 2 der Arthus-Chroniken von ihm, eine Trilogie. Ich bin nach wie vor immer noch im dritten Teil. Das ist auf meiner Currently Reading Liste. Bernard Cornwell, wisst ihr ja, liebe ich wegen der Uhtred-Saga. Und er sagt von sich selbst, dass die Arthus-Saga die beste ist, die er je geschrieben hat. Also nicht die Arthus-Saga, sondern die besten Bücher, die er je geschrieben hat. Und das ist eine Neuerfindung, eine neue Interpretation der Arthus-Saga. Abseits von jeglicher Hollywood-Romantik. Das Interessante an der Saga ist, dass wir das aus der Perspektive eines Kriegers von ihm lesen. Und das ist natürlich Bernard Cornwells Ding. Man verliebt sich auf kurz oder lang sowieso in diese Figur. Und Arthus ist eigentlich mehr oder weniger nur so eine Randerscheinung. Aber wenn er auftaucht, ist es immer episch. Und das liebe ich. Ich liebe auch Bernard Cornwells Stil. Und während ich jetzt so darüber rede, kriege ich total Lust, gerade wieder den dritten Teil in die Hand zu nehmen. Ich muss den, glaube ich, nochmal von vorne anfangen. Aber auf jeden Fall lesenswerte Bücher. Und gerade weil die auch in einer Neuauflage auf Deutsch letztes Jahr erschienen sind. Die verlinke ich euch natürlich unten. Könnt ihr euch mal angucken. Und wenn ihr Lust auf so historische Dinge habt mit bedeutungsschwerer Sprache und vielleicht ein bisschen Magie. Also historischer Magie. Ich meine jetzt nicht so Fantasy-Bücher-Magie. Also so ein bisschen, so eine Prise ist da auch mit drin. Also ich finde die Bücher wirklich toll. Und die steigern sich. Also das erste Buch war unerwartet langweilig. Das zweite war sehr viel besser. Und das dritte nimmt nochmal richtig Fahrt auf. Und ich werde es auf jeden Fall demnächst weiterlesen. Dann habe ich gelesen von meiner Lieblingsautorin, einer meiner Lieblingsautorin, Daphne du Maurier, Ein Tropfen Zeit. Und ein sehr interessantes Buch, was man als Ausgabe so im Moment gar nicht so einfach bekommt. Allein dieses Vintage-Buch hier hat mich schon 10 Euro gekostet. Ich mag ja hier diese Schrift hier drin. So ein bisschen Gothic angehaucht. Es geht, also bei Daphne, da ist es immer wie so eine, man kauft da die Katze im Sack. Jede ihrer Geschichten sind komplett unterschiedlich. Sie hat da keine einheitliche Geschichtenvariante, die sie immer wieder erzählt. Ein Tropfen Zeit, da geht es nämlich tatsächlich um Zeitreise. Und das findet statt mit einer Droge. Deswegen heißt es auch ein Tropfen Zeit. Zwei Freunde treffen sich und der eine ist eben Wissenschaftler und möchte an dem anderen mehr oder weniger ein Experiment durchführen. Das funktioniert auch. Und dieser Freund, der sich erst ein bisschen missbraucht vorkommt, findet Gefallen an der Sache und merkt eben auch, was diese Zeitreisen an denselben Ort, aber eben in einer viel früheren Zeit, auch für negative Sachen mit sich bringen können. Gerade wenn es auch um das Thema Liebe geht. Es ist nicht einfach. Es ist wieder ein toll geschriebenes Buch von ihr gewesen. Sie schafft es mit Sprache so eine tolle Atmosphäre zu erzeugen. Sie hat eine ganz besondere Wortwahl. Und auch das Buch fand ich sehr, sehr lesenswert. Ist auf Platz drei meiner Daphne Liebninge. Also Platz eins ist für mich nach wie vor meine Cousine Rachel. Zwei ist Rebecca. Und drei ist ein Tropfen Zeit. Ich fand es großartig. War mal Zeitreise auf eine ganz andere Art. Auch eins meiner Jahreshighlights. Ich hatte dann doch ein paar. Hans Platzgummer am Rand. Das Buch heißt übrigens am Rand, weil er auf einem Gipfel steht frühmorgens und sich dem Suizid hingeben will, weil er jemanden getötet hat. Das ist die Dynamik des Buches. Es wird eben die Frage aufgeworfen, ist man ein böser Mensch, weil man jemanden getötet hat. Und die Frage wird ganz klar beantwortet. Und macht vielleicht mit einem auch etwas, was man so nicht erwartet. Das Buch nimmt das Leben unter die Lupe. Wir begleiten unseren Protagonisten über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und es ist ganz lange nicht klar, warum er uns eigentlich die Geschichte seines Lebens erzählt. Und am Ende trifft es einen natürlich wie die Wucht. Es gibt Freundschaften, die so innig und so intim werden in diesem Buch. Es werden wieder die großen Fragen des Lebens aufgeworfen. Die Einsamkeit spielt eine Rolle und auch die Sprache und die Beleuchtung gewisser Themen fand ich in dem Buch wieder ein grandioses Buch mit grandioser Sprache und mal was ganz anderes. So, meine Lieben, wir haben noch vier Bücher. Und das eine habe ich gar nicht in meiner Goodreads-Liste. Das muss ich noch eintragen. Und zwar Langoliers von Stephen King. Auch ein Buch über Zeitreise ist ein Thema, was ich sehr, sehr gerne lese. Es geht um ein Flugzeug, was startet mit vielen Passagieren an Bord, so wie das normalerweise der Fall ist. Und was dann durch einen Umstand... Ach, ich weiß ja nicht. Ich sage immer, ich bin kein großer Stephen King-Fan, aber die Bücher, die ich von ihm lese, die finde ich tatsächlich immer sehr gut. Was Stephen King hier schafft, ist, sich wieder einzelne Protagonisten, sehr interessante Figuren rauszupicken. Und anhand der Perspektive dieser Figuren eine ganz große Spannung zu erzeugen. Es gibt zum Beispiel eine Passagierin, die ist blind. Die wollte eigentlich mit dem Flugzeug in eine andere Stadt fahren, um sich die Augen operieren zu lassen. Und dann findet sie sich plötzlich wieder als Passagierin eines Flugzeugs, wo anscheinend niemand mehr an Bord ist. Das ist aber in der Luft. Dadurch ergibt sich eine ganz große Spannung. Es ist wie ein Thriller. Es ist am Ende natürlich Stephen King-like auch immer so ein bisschen, vielleicht ein bisschen abgehoben in die Science-Fiction-Richtung. Aber das tut dem Buch keinen Abbruch. Ja, dann gibt es noch einen zweiten Teil, Das geheime Fenster. Das möchte ich auch lesen, aber die sind beide in diesem Band vereint. Und Langoliers, ich habe früher immer Langoliers gesagt, es heißt aber Langoliers, war ein Buch davon. Und es war großartig und kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Dann möchte ich kurz nur am Rande erwähnen, ich hatte das auch besprochen und das Video ist natürlich auch verlinkt. Atonement von Ian McEwan war ein Reread im Jahr 2020. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, für das Jahr ungefähr, keine Ahnung, acht oder zehn Bücher zu rereaden. Ich habe nur eins geschafft und Atonement hat mir beim zweiten Mal tatsächlich noch besser gefallen. Es gibt, bei Atonement ist es so, oder bitte auf Deutsch, ist es so, dass man es entweder liebt oder es entweder hasst. Es ist ein schweres Thema, es ist teilweise in der Mitte auch sehr lang gezogen, aber es geht um die Liebe zweier Menschen und eine dritte Person, die aufgrund ihrer subjektiven Atmosphäre etwas ganz falsch einordneten, damit eine Katastrophe erzeugt. Und natürlich, wenn man das so liest, die Hoffnung ist immer da und man liest und man ist erfüllt, weil es dann doch schön ausgeht. Und ja, dann muss man auch wirklich bis zum Schluss bei dem Buch lesen, weil das Ende ist entscheidend für die ganze Geschichte. Mich hat es damals kalt erwischt und eigentlich ist es schade, dass ich das erwähne, weil wenn man ganz unvoreingenommen an das Buch rangeht und mit gar nichts rechnet, und einfach die Gefühle fließen lässt, dann ist es absoluter Hammer. Ansonsten, wenn man weiß, okay, da kommt jetzt noch irgendwas Großes, dann hat man diese Erwartungshaltung und dann ist das vielleicht auch gar nicht mehr so überraschend. Aber für mich war es damals so und deswegen war dieses Erlebnis mit diesem Buch für mich so einschneiden und deswegen ist es nach wie vor eines meiner Lieblingsbücher. Ich habe noch weitere Bücher von Ian McEwan eine Zeit lang probiert. Das ist für mich ein One-Hit-Wonder und ja, leider waren die anderen Bücher nichts für mich, aber trotzdem, das werde ich auch immer wieder lesen und ich glaube, es werden immer mehr Post-its dann in diesem Buch sein. Ja, aber das war auf jeden Fall ein Reread von mir. Ich glaube, das zweite Buch, was ich im Jahr 2021 gelesen habe, war Acht Berge von Paolo Cugnetti. Das ist ein Buch, was natürlich in den Bergen spielt und von der Geschichte zweier Freunde erzählt. Die lernen sich in Kindertagen kennen, es verbindet sie eine innige Freundschaft und dann entwickeln sie sich sehr auseinander und die Geschichte erzählt eben, was das mit diesen beiden Menschen macht. Ja, also es war lesenswert, das Buch. Ich muss aber sagen, es hat jetzt nicht den großen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich weiß nicht, in welcher Zeit der Autor das geschrieben hat. Vielleicht, wenn er sich noch ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte, dann hätte das vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefgang gehabt. Ansonsten war das eine schön zu lesende Geschichte mit auf jeden Fall auch einer Message dahinter. Es war aber jetzt nichts herausragendes oder Neues. Das ist vielleicht das, was mir ein bisschen gefehlt hat. So ein bisschen das Neue über den Tellerrand hinaus, weil es von Freundschaftsgeschichten ja doch nun schon einige gibt. Und was Neues beinhaltete dieses Buch jetzt nicht für mich, aber trotzdem war es eine nett zu lesende Geschichte. Das allererste Buch, was ich gelesen habe, was es sehr, sehr schwer zu bekommen gibt. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ihr könnt gucken, ob ihr unten in der Infobox unter dem Link was findet. Das ist von Carm Riera, Der englische Sommer. Carm Riera ist, ist das Männlein oder Weiblein, ist auf jeden Fall spanischer Herkunft. Carm ist eine Dame, ist also ein spanischer weiblicher Vorname und es spielt in England. Das fand ich eigentlich so witzig. Es geht um eine spanische Immobilienmaklerin, die aufgrund ihrer unzulänglichen Sprachkenntnisse sich entscheidet, nach England zu gehen und dort über mehrere Wochen einen Sprachkurs zu machen, um ihr Englisch zu verbessern, weil sie eben einfach im Job dadurch bessere Möglichkeiten hat. Genau. Das Buch war ganz einfach geschrieben. Ganz interessant. Es hat mich trotzdem irgendwie angezogen und aufgesaugt. Es war keine außergewöhnlich hochtrabende, bedeutungsschwere, außergewöhnliche Sprache, die irgendwas erzeugt. Nee, die Sprache war einfach sehr funktionell und trotzdem aufgrund dieser Ereignisse, aufgrund des Plots eigentlich und aufgrund der Sachen, die dort passieren, hat das Buch einen Sog auf mich ausgeübt. Ich fand es großartig. Es war ganz kurz und ich bin durchgeflutscht. Und diese Frau, die sie dort erwartet, die ist nämlich ganz anders, als man das erwartet. So könnte man das natürlich sagen. Und die Dynamik des Buches ist im Grunde die, dass man die ganze Zeit nicht so genau weiß, was jetzt Sache ist. Es passieren viele komische Dinge und wir kennen ja immer nur die Perspektive der Protagonistin. Und da stellt sich halt die Frage, ist das der richtige Blickwinkel? Ist das auch die Wahrheit sozusagen? Mehr will ich dazu nicht verraten, weil es ist halt auch kein riesig langes Buch. Aber das Buch hat mich dazu positiv beeinflusst, Spanisch zu lernen. Ich lerne jetzt seit ein paar Monaten kontinuierlich Spanisch. Und mein Ziel ist es, dieses Buch, eben weil es diese einfache Sprache hat, irgendwann, ich hatte eigentlich April 2022 angesetzt, aber irgendwann dann auf Spanisch auch zu lesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das dieses Jahr noch schaffe, weil es doch sehr viel dazugehört, ein Buch auf einer anderen Sprache zu lesen. Da kann man nicht mal ein paar Wochen lernen und dann klappt das. Aber das hat mich auf jeden Fall angespornt und ich werde dieses Buch irgendwann auf Spanisch lesen. Ich freue mich schon sehr darauf. Fand ich lesenswert und ich hoffe, es ist wieder zu bekommen. Ich weiß gar nicht, warum das so schwierig ist. Denn ich habe schon viele gehört, die das gerne lesen wollen, es aber einfach online nicht finden. Ich gucke mal, was ich finden kann. So ihr Lieben, das Video ist zu Ende. Es waren einige Bücher und ich hoffe, für euch war was dabei. Ja, das ist ja Sinn und Zweck, warum ihr das guckt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Mein Lesegeschmack ist ja immer so ein bisschen teilweise ungewöhnlich, teilweise halt, ich will mal sagen, nicht kommerziell. Und das ist auch etwas, was ich für mich selbst wichtig finde. Ich mag halt keine Bücher, die es schon gibt, die vielleicht irgendwie noch anders formuliert sind. Aber das funktioniert auch. Also es gibt auch Geschichten, die kann man so schreiben, dass man das Gefühl hat, das ist etwas noch nie da gewesen. Das ist gar keine Frage. Also Schreiben ist ja eine Kunst. Und ich habe jetzt für mich entdeckt, das Genre, was ich immer Haute Couture nenne, nicht von der Stange, das heißt in echt literarische Billetristik. Das ist das, was ich lese. Das habe ich jetzt auch im letzten Jahr herausgefunden. Ich lese sehr gerne Frauen anscheinend, womit ich nicht ausschließe, dass ich auch männliche Autoren lese. Ich meine, Bernard Cornwell ist ja auch nur ein sehr testosterongeladener Schreiber. Geschichten sind also immer sehr maskulin. Also ausschließend tue ich das auch nicht. Aber irgendwie hat die Damenschaft bei mir Überhang. Und ja, es ist halt so. Es ist einfach nur eine Beobachtung. Es ist nichts, was ich mit Absicht gemacht habe. Ja, und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Mein Plan ist es, ein Video die Woche hochzuladen. Ich hoffe, das kriege ich auch hin. Und ich freue mich, dass ihr so lange dabei wart. Und macht's gut. Bis bald. Bis zum nächsten Video. Bye. Bis zum nächsten Mal.